gold sieht jetzt einigermaßen okay aus wir haben tourmalin wir haben eine ziemlich gut aussehende base ich gebe mal etwas speed dass das schneller geht beim augenblick reguliert sich ja eigentlich alles von selber genau da wurde jetzt gerade irgendeine pflanze aufgebaut da ist mein holz wieder runtergegangen ja holz wo habe ich das jetzt gesetzt so bessere spitzhacken als nächstes kommt dann die so fertig unsere festung ist wieder eingerichtet und ich kann wieder speed geben ja das will wie oft will er das noch wiederholen ich will nämlich noch nicht weiter ich muss erst warten bis einer von denen ein schönes level hat also zum aufleveln brauchen sie nicht mehr lange er ist gleich level 5 nahrung kommt gut rein jawohl und du wirst militär und ich brauche ich erstmal noch nicht du kannst noch eine weile trainieren gleich mal richtig so als speerwerfer da triffst du nämlich komischerweise ziemlich oft also fernkampf ist ziemlich gut auch wenn er gerade jetzt ziemlich rumspackt ja ich mache jetzt ich verschiebe erstmal nicht darüber dann verkaufe ich hier und kaufe hier den letzten block im thronsaal damit das auch endlich erledigt ist so ja das gelaber kennen wir wir haben schon wieder einen forschungspunkt und sie arbeiten am zweiten ich denke mal die drei orks kriegen sie dann zu dritt auch kaputt mit dem level was sie ja so haben war ausgesetzt er hier spackt nicht wieder rum ja er ist schon level 8 das ist gut jetzt ruht er sich aus hier oben sind keine wölfe respawn ich weiß nämlich nicht mehr genau ob sie respawnen oder nicht nein okay level 8 ist es gewesen holt mir was tomalin daraus und alles andere sieht okay aus so dem block da kann ich noch weg machen so und durch so einer setzen und da war es das erst mal so das würde ich gerne überspringen und da würde ich gerne alle mal zuweisen ach komm ich helfe dir mal so dann warten wir bis sie sich porten und dann müssen wir zuschlagen ja wie machen wir das hier am besten so ja wir können schon mal uns das zeug hier drin unter den nagel reißen naja hier wäre ja auch der stein noch so die brauchen ziemlich lang bis sie porten soll mir recht sein näher auf die plattenpanzer reicht es wahrscheinlich nicht mehr bevor sich der erste oder die ersten von den porten hätte ich vielleicht noch warten sollen aber wozu mein militär sieht jetzt einigermaßen okay aus was ich halt jetzt brauche ist viel viel mehr gold für das nächste und hoffentlich letzte upgrade wenn es sein muss 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 ich halt 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 muss ich halt ressourcen dafür verhökern ich könnte denen aber ihr stein klauen ja und die porten ist das jetzt dein ernst ähm okay der hat sich weit weg geportet geh kämpfen verdammt normal oh er hat sich doch nicht so weit weg geportet wie gedacht könnt ihr euch nicht auf ein konzentrieren ja zweite luft wäre eigentlich auch nicht schlecht oh man der eine hat mir jetzt grad echt wieder spaß gemacht der geht genau dann essen wenn die horde kommt so ab jetzt ist holz bonus das heißt das was wir an holz haben können wir verkaufen geht schlafen geht schlafen und regeneriert euch geht schlafen mensch ja der heilt sich jetzt dadurch dass er schläft so ich mach jetzt meinen letzten zum bergarbeiter stufe 6 müsste eigentlich ausreichend sein und baue neue leitern hier und hier auf und ja hier lang so gucken wir mal was hier ist gucken wir was überall ist ein gnome mit essen und ja ich habe ihm gerade wieder alles verkauft ähm plattenpanzer ach warum zur hölle ist da ein raum den ich nicht gesehen habe mit nochmal zwei orcs also glück ist meine mein militär wieder auf dem damm einigermaßen wo ist nun mal ach der schläft da gerade gut äh ok 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 das kannst du jetzt erstmal lassen gold ist gut gut holz ist auch gut ja da lang müssen wir buddeln ok will ich dass sie sich porten oder ja äh tülülülü ich weiß eigentlich sollte ich erst den anderen ort flicken also das schlafzimmer also das schlafzimmer sie haben drei geschafft sie werden zwei schaffen nein werden sie nicht weil sie dämlich sind nein werden sie nicht weil sie dämlich sind äh da halt die klappe musst du jetzt wieder so weit weg laufen um die anzugreifen ernsthaft hm hm danke echt nicht mein tag heute oder so buddeln buddeln Buddeln, Buddeln. Ah, Buddeln. Ich habe ja jetzt drei von eurer Sorte, also schafft mal was. Sollte ich eigentlich meinen Militärzwergen sagen? Die sind ja inkompetent. Und ja, im Augenblick nervt mich das tierisch, dass die sich so verhalten. Warum grabt ihr hier aus? Da braucht ihr nicht ausgraben. Was ist mit dir? Hast du keinen Bock? Oder bist du da irgendwie festgehangen? So, auf was gehen wir als nächstes? Zweite Luft, würde ich mal sagen. Das hätte ich vorher schon gebrauchen können. Ah ja, hier ist wieder Stein. Das heißt, hier hinter ist wahrscheinlich auch wieder mehr Gold. Oder Silber, besser gesagt. Sagt man, sie sind die beiden wirklich nur am Pen? Ja, die sind hier gerade wirklich mit Pen beschäftigt. Ich glaube, ich muss demnächst mal mehr Betten aufstellen. Bei vier Betten für so viele Zwerge reicht einfach nicht aus. So, da noch zwei so gute Betten hin. Und hier hinter ist richtig viel schön Gold. Oder Silber halt. Aber hier ist die Einzelung Getschnecht. Und Philipp. Und hier sind mitochondrijfest. Und das papier cool. Und hier haben wir jetzt ein paar Rally hinzuss auf.